yo leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch bei atlas zeigen wie man an milch und an dieses rushes kommt ich habe mich von von anfang an gefragt was ist rushes das gibt man ja den kühen dass man sie tamen kann aber dieses findet man nicht überall sondern nur auf speziellen inseln das heißt nicht auf jeder insel gibt es rushes und rushes ist der ersatz für stroh also das heißt auf der anderen insel ist rushes stroh wie ihr jetzt an milch kommt dann müsst ihr einfach mit dem eimer zu der kuh gehen und e drücken das ist der ersatz für fisch und ja leute ich hoffe euch hat das video gefallen lasst einen daumen nach oben da wenn ihr neu auf dem kanal seid abonniert den aktiviert die glocke und man hört sich im neuen video wieder bye bye